Hallo und willkommen bei HardwareHard. Hier das Update des 1.700 Euro Gaming Computers Juli 2016. Als Prozessor der Intel Core i7 6700K mit 4x4,0 GHz. Er hat einen Turbo-Takt von 4,2 GHz, 91 Watt TDP, eine integrierte Grafikeinheit, er hat Hyper-Threading, das bedeutet jeder kann an 2 Threads, also ein theoretischer 8-Kerner und hat einen KM-Namen, was heißt allein freien Multiplikator, also freies Übertakten. Es ist zur Zeit einer der besten Prozessoren zum Zocken und sollte für Gelber die nächsten 3-5 Jahre locker ausreichen. Falls er denn mal zu schwach wird, kann man ihn ja übertakten. Und als CPU-Kühler der Be Quiet Dark Rock Pro 3, es ist ein sehr sehr großer und sehr starker CPU-Kühler und mit ihm kaufen den Prozessor leise übertakten. Als Mainboard, dass der S-Rock Z170 Pro 4 mit dem Intel Z170 Chips hat. Es hat USB 3, SATA 3, 4 DDR4 RAM-Bänke, PSA Express 3.0, einen M2-Slot, SATA Express 1 7.1 Soundchip und am IO-Panel einmal PS2, 6x USB 3, D4 und HDMI für die integrierte Grafikeinheit des Prozessors, eine LAN-Buchse und 6 3,5mm Klinken für den Soundchip. Und als Arbeitsspeicher 16 GB von G-Skill, DDR4-3000 und CL-15 ist sehr sehr schnell, es ist ein Dual-Kit, was heißt man kann ihn im Dual-Channel-Modus benutzen und 16 GB sind für Gamer die nächsten paar Jahre auf jeden Fall genug. Dann als SSD die 256 GB Adata SP920, es ist eine sehr schnelle SSD und 256 GB reichen in der Regel aus für das Betriebssystem, alle Programme und ein oder zwei Spiele. Als HDD eine 1 TB von Toshiba, sie ist mit 7200 Umdrehungen und 3,5 Zoll eine der schnellsten Desktop-Festplatten und 1 TB sind für die meisten unter euch locker ausreichen. Und als Grafikkarte die 8 GB EVGA GTX 1080 Super Clock Gaming. Es ist eine übertaktete Version der GTX 1080, trotzdem bleibt sie dank der guten Kühlung und dem niedrigen Stromverbrauch recht leise. Mit ihr soll man mit ein paar Ausnahmen alle Spiele auf dem Markt derzeit auf den höchsten Einstellungen flüssig spielen können. Als Netzteil das 500 Watt Be Quiet Straight Power E10, es hat 80 plus Gold, was energiesparend ist, es hat Kabelmanagement, was heißt man kann die Kabel abnehmen, die man nicht braucht und 500 Watt sind für den PC mehr als genug. Dann noch ein DVD-Brenner von Samsung. Und als Gehäuse das Fractal Design R5. Es ist ein schlichtes, elegantes, sehr hochwertiges Gehäuse mit sehr viel Platz für Komponenten, außerdem sind zwei Lüfter bereits vorinstalliert, aber natürlich könnt ihr selber entscheiden, welches Gehäuse ihr nehmen wollt. Optional, falls ihr den PC nicht selber zusammenbauen wollt, könnt ihr ihn auch für 29,90 Euro zusammenbauen lassen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Falls das Video älter als für Monate ist, bitte in die Beschreibung schauen, da dürfen wir den jeweiligen Link klicken, dieser führt euch immer zur neuesten Version. Dann bis zum nächsten Video.